Edle Tropfen und schicker neue Autos im Autohaus lang. Die Rieder-Ledys riefen zur 14. Weinverkostung. Ein Abend, vier Winzer und jede Menge Feinschmecker. Ich bin ein Innviertler mit Leib und Seele und deswegen bin ich auch ein Fan des Innviertler-Weinbaus. Und der Fritzante und der Sundowelt-Lina ist ein heißer Tipp. Zweigl ist mein Lieblingswein, weil er fruchtig schmeckt. Und wenn er noch dazu irgendwie Parique ausgebaut ist, dann ist er noch besser. Wir beginnen gerade uns durchzukosten. Wir trinken sehr gerne Wein, haben aber keine bestimmten Sorten, die ich jetzt irgendwie bevorzuge. Aber es ist ganz klasse für mich zu sagen, da kann ich mal drei, vier Weine probieren und dann greift man aber zu. Elf Ladies Circles gibt es in ganz Österreich. Sie bestehen aus Frauen im Alter zwischen 18 und 45 Jahren. Seit 27 Jahren bewegen die Rieder-Ledys viel Gutes. Die Weinverkostung ist ihr größtes Service-Projekt. Friendship and Service für den karitativen Zweck. Ich möchte mich bei unseren Sponsoren bedanken, die uns teilweise schon jahrelang unterstützen. Wenn man da in die Runde hinten reinschaut, ist es eine sensationelle Veranstaltung. Es ist für einen guten Zweck und da macht es natürlich schon Sinn, dass man mit vielen Sponsoren, mit vielen Partnern zusammenarbeitet. Und da macht man gerne mit. Ja, wir sind aus Wien angereist. Also es ist keine Ecke der Österreichs zu weit für diese Veranstaltung. Und ich kann nur jeden einladen, dass er diese Veranstaltung auch im nächsten Jahr besucht. Wir sind sehr froh, dass wir den Ladies Circles da bei uns haben dürfen. Wir freuen uns mit allen Gästen da auf einen schönen Abend. Und möchten uns auch nochmal bedanken, dass wir da so viele Leute bei uns haben dürfen. Zum 14. Mal hier in Ried treffen sich Frauen. Frauen, die eine so tolle Veranstaltung organisieren und mit dem Erlös wieder regional Gutes tun. Heuer geht die Spende an eine Familie mit einem schwer kranken Kind. Auf die Familie wird in der nächsten Zeit hohe Kosten zukommen. Teilweise um Therapien zu finanzieren, auch um das Haus behindertengerecht zu adaptieren. Und wir sind sehr froh, dass wir heute diese Familie unterstützen konnten. Und die Familie hätte es nie möglich gehalten, dass sie so eine hohe Summe bekommt, die ihnen wirklich eine große Unterstützung ist. Und im Namen der Familie möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Der Ladies Circle 3 Ried. Geballte Frauenpower für soziales Engagement.